Wie wär's damit, Dreckskerl? Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Worum geht es diesmal? So. Okay, Neera ist im Nahkampf. Und jetzt, dass sie wieder im Fernkampf. Ja, ein Sward nicht töten können, weil die Würfel einfach so schlecht fallen. Also die Trefferwürfe. Okay, das hier ist... Führt nicht auf dieselbe Ebene wie hier drüben. Gut zu wissen. Ist halt auch lustig, das ist eine Festung mit Fenstern und allem, aber keinerlei Eingänge. Gnollelite. Okay. Ach, der Gnollhäuptling ist gar nicht hier dabei. So, wir haben noch eine Heilung. Mitten während dem Kampf plündert, das ist jetzt auch eine neue Erfahrung für mich. Ach du meine Güte. Ja, da ist der Gnollhäuptling. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Wie hat's geläutet? Stimmt. Wie rüstet sie durch Rindenhaut? Jetzt hat sie null. Sieben durch Geschicklichkeit, kleiner Schild. Und minus zwei Bonus. Ich hab doch grad Rindenhaut gewirkt, oder? Na, egal. Und minus zwei Bonus. So. Was ist es diesmal? Edelsteinchen, Edelsteinchen, Geld, Geld, Edelsteinchen, Edelsteinchen, Geld, Geld, Geld. Geld. So. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Was ist das hier? Wie ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? So, noch ein Edelsteinchen. Worum ihr braucht, nur zu fragen. So. Das waren echt viele Gnolle. Muss man ja so sagen. Da wird Dinner hier drin hocken. Da kann man nicht lang. Wenn das Spiel sagt, man kann da lang, wahrscheinlich haben sie sich wieder alle blockiert. Jo, haben sie. So, hier wird Dinner hier drin hocken. Eure Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so vielen Ritteln begegnet. Höhere Anstrengungen zu meiner Rettung gebührt euch dank. Doch kann ich nicht umhin, schmerzliche Trauer zu fühlen. Blinkst mein teuer Beschützer weit nicht mehr unter den Lebenden. Seine Kaffigkeit und Berserker wurden im Kampf werden und vergessen bleiben. Indes, da ich meinen Begleitersverlust dick gegangen bin und diese Lande zu gefährlich sind, um allein darin umzusehen, bitte ich euch, mit euch reisen zu dürfen. Mit meinen Kenntnissen der Zauberkunst könnte ich euch zweifelsohne von Nutzen sein. Und ich könnte von der stärkeren Gruppe profitieren. Ihr seid bei mir willkommen, man kann nie genug Freunde haben. Wenn diese Bieste euch erwischen konnten, braucht ihr mehr Übung. Ich habe keine Verwendung für euch. Ihr habt hier es bloß fertig gebracht, von diesen Bichern geschnappt zu werden. Was berechtigt euch überhaupt, eine Leichtwache zu haben? Ich bin Dünner hier von Raschemen. Das ist kein Titel, ich stammel nur von dort. Wir sind nun beide in der Tat weit weg von zu Hause. Dort ist ein notwendiger Übergangsritus. Minz muss seine Daschema durchlaufen, indem er sich auf Abenteuerreise begibt, während ich mich in ganz ähnlicher Weise als meiner Schwestern würdig erweisen muss. Es ist eine interessante Zeit für die Reiche und der Schwertküste stehen große Ereignisse bevor. Dorthin sollten wir uns also wenden. Wonach sucht ihr auf diesem abenteuerlichen Pfad? Vielleicht können wir gemeinsam finden, wonach ihr sucht. Wie habt ihr es bloß fertig gebracht, von diesem Viechern geschnappt zu werden? Mir wurden in zur nächtlichen Stunde überfallen. Minz wurde mit einem Hieb auf den ohnehin schon angeschlagenen Kopf getroffen. Und mich haben sie fortgeschafft, ehe ich wieder zur Besinnung kam. Zu zweit waren wir machtlos gegen den Angriff. Gewiss wäre uns aller Sicherheit zuträglich, wenn wir uns zusammentreten. Was hattet ihr davon? Wir brauchen niemanden, der uns hilft. Eure Weißmann-Rätsel, dann soll es so sein. Haben wir jetzt dadurch die Gefangene abgeschlossen? Ähm... Das Licht! Es brennt! Ja, schön für dich. Wo ist es denn? Hm. Ist die Quest jetzt einfach verschwunden? Sieht fast doch noch aus. Ah ja, dener hier brauchen wir nicht. Außerdem haben wir ja Minsk umgebracht. Ja, wie ihr wünscht. Schließen wir das Ganze mal. Ja, dieser ganze Playtour gerade, also dieses ganze Playtour ist ziemlich ungewohnt. Ich hab keine Zeit zum Bluten. Die Männer sind so würdig. Ich brauche ein Bier. Wenn es würdig. Okay. Gut. Geld in den Sacken. Wo ihr braucht. Nur zu fragen. Und dann suchen wir uns diesen abgelegensten Teil der Festung, um uns zu rasten. Weil nicht, dass neue Gnolle aufgetaucht sind und die uns böse wollen. So. Achtstunden sind gerastet. Blut vergießen. Vita. Mord. Mord. so charisma permanent um eins gesteigert wie kann ich helfen wie ihr wünscht so dann mal weiter im takt können wir wieder hier raus gehen können uns noch das gebiet im norden angucken von hier aus und dann zurück nach naschke reisen deswegen war es gut dass wir gerastet haben worum geht es die bastion wie ihr so ja ihr braucht nur zu fragen gehen wir am besten über die brücke das nehmen wir bitte mit gut dass sie wenigstens eine waffe hat mit der sie gut trifft wie kann ich helfen worum geht es diesmal ihr braucht nur zu fragen und dann gehen wir nach norden ok ich werde mich im handum drehen darum kümmern drei schwingen was ist diesmal ja wie ihr wünscht das harmloseste was geht sind kreischlinge definitiv ein ogre berserker jedoch könnte sich als herausforderung herausstellen ihr habt geläutet wie kann ich helfen die mir auch immer sicher schön ja ok die Molen und Näherer gehen auch langsam die Munition aus das heißt wir sollten nach diesem Gebiet hier auf jeden Fall nach Naschke zurück